DAX-Trading 16.10.2019 Gewinn, 700 Euro Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober 2019 und es ist jetzt 8.23 Uhr. Ich gehe jetzt erstmal von einer Steigerung aus und kaufe einen neuen DAX für 12.624 Punkte. Jetzt um 8.23 Uhr steht der DAX nämlich auf 12.624 Punkte. Jetzt ist es eine Stunde vergangen. Es ist 9.24 Uhr und der DAX ist gestiegen auf 12.668 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 44 DAX-Punkten mit. Nunmehr haben wir es 9.26 Uhr. Der DAX hat wieder gedreht und steht jetzt bei 12.637 Punkte. Ich mache einen Leerverkauf für 12.637 Punkte. Es ist jetzt 10.01 Uhr. Der DAX ist gefallen und steht jetzt bei 12.624 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 13 DAX-Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Ein DAX hat heute einen Wert von etwa 12.60 Euro und ich habe heute gewonnen. 44 DAX-Punkte plus 13 DAX-Punkte macht 57 DAX-Punkte. Umgerechnet etwa 700 Euro. Ich hab mit den Was-Punkte kostuum dazu etwas geschaut. demais Eso schértige das eine Gonnawelle. Coming